Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Need for Speed Payback. Sehr schön. Danke. Ich hab mir Mühe gegeben. So, Alex ist wieder am Start und macht diese Agent-Mission mal weiter. War angegeben, 62 trifft 20 und nee, so spiel. So eine Scheiße machen wir nicht. Vor allem für das bisschen Cash da, weißt du? Drauf geschissen. Kostet uns mehr Geld wie... Wobei es wahrscheinlich jetzt total ist. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Klaro. Aha. Ein VIP-Gast musst du transportieren. Okay. Äh. Okay. Nö. Ja. Ja, ich glaub von dort nach dort und dann... Also von hier... Ja, nach hier. Genau. Zu welchen dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst... Oh, sowas mach ich eigentlich gar nicht. Nee, das ist ja... Also ich find die... Auch mega... Echt zum Kacken. Im Moment sind sie es. Shit, top. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Er landet am RISP VIP-Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Collector den Kopf ab. Okay. Na dann. Auf zum nächsten. Dann noch da oben. Oh je. Ja, geht aber nicht anders. Das geht ja nicht anders. Ich hau lieber ab, bevor ich hier anbemerkte. Aber du hast ja jetzt auch nur drei Zeit. Ja, ich hoffe, das reicht dann halt auch für die anderen. Ja, ja. Geh schon. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Na dann am Mutter. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs und diesmal muss die TEC ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königseck nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest die Remote-Abschaltung. Ich glaube, klick den mal an. Nee. Wahrscheinlich nicht der da, oder? Nee, ich glaube den unteren. Weil da fährst du über die Autobahn. Ja, ja. Nimm den und dann fährst du nach oben und dann nach rechts. Den dringend. Hier fahr ich nichts mehr. Also weiter. Oh shit. Was denn? Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Mehr habe ich nicht, aber es ist im Haus enorm wichtig. Weißverkehr, kannst du links fahren. Abgekürzt, bitchig. Mehr oder weniger. Da, 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 da. Autos. So. Dann da vorne links. Fuck. Egal. 32 Sekunden. Ja. Wollte grad sagen. Da. Da links rein. Ja. Halten Sie an. Ja, bin schon dabei. Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für eine Vero fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauch Sie als Backup, falls aus Plan H nichts wird. Aha. Die brauchen uns also. Dann fahr, glaube ich, nach oben. Oder klick mal. Ja. Ja, ja. Gut, da ist eigentlich nur geradeaus und. Und dann fährst du danach. Ja, danach da. Einfach, da brauchen wir fast nur geradeaus. Aber nee, die fallen mir nicht. Nee, hatte ich nicht vor. So, hast 50 Sekunden. Ich bin die reservische Führerin für den VIP. Gut. Mehr steht vor. Gib mir nicht rum. Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachung. Ja, 300 Meter. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für ein kleines Unrechen besorgen. Oh, oh, oh. Gibt's rein? Oh, fuck. Da. Ja, zu viel Zeit verloren. Ist egal, das passt. Okay, dann höre ich mal zu. Kobashi-sama ist unterwegs. Bereiten Sie alles für seine Ankunft vor. Natürlich. Wir behandeln ihn wie einen König. Er ist weit mehr als das, Lina. Er ist die Zukunft. Verstehen Sie? Da ist die Gut-Zunft. Die Gut-Zunft. Okay. Das ist Linas Boss. Und jetzt sollte ich mich lieber verziehen. So. Dann links. Sagt dir der Name Kobashi irgendwas? Hm. Ja. Kobashi. Interessant. Takashi ist krass. Ja, er hat dieser Haus-VIP. Er ist mit auf die Straße. Was geht? Das war ja einfach. Ja. Am Ende gab es nochmal viel Zeit. Mal sehen, was wir hier haben. Wie spreche ich ihn an? Gar nicht. Kobashi mag schweigsame Fahrer. Und du sagst, der bringt uns das Chinsets-Upgrade? Das geht dich nicht an, Holzman. Genau, das geht dich einen Scheiß an. Holzman. Ich hab was, ich brauche. Ja, hast du geschafft. Oh, du look. Dann war das... Also am Anfang war das schon so ein bisschen Zeit knapp dann. Ja. Und am Ende hast du dann nochmal richtig viel Zeit. Ja, es lag aber einfach daran, weil du zweimal die gerade Strecke hattest. Weißt du? Groß. Also, halt. Äh, Turbo-Nitro-Nitro verbessert sich ein bisschen, aber dadurch verlieren wir Outlaw-Bonus. Sechsfach. Ist dir überlassen. Kannst du auch einbauen. Gegebenenfalls kann man es ja tauschen. Ja. Ich muss halt dann wieder mal drehen. Das machen wir. Oh, jetzt kommt schon das letzte. Oh ne, das ist schon wieder sowas. Ich glaub, wenn die Koffer da angezeigt werden, dann glaub ich, ist mir jetzt grad so spontan mal aufgefallen, dass... Das ist das Arschloch von der Hazard Company, Holtzler. Na, und... Ich glaub, dass die, äh, dann... Wer weiß, wer weiß. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder so ein Event, aber man muss 20 Koffer überliefern, über die ganze Map. Ja. Und hat aber nur zwei Sekunden Zeit. Vermutlich. Das Haus, was ich bald bei dir will. Brauchst du im Halt. Ich brauchst mich angestellt. Das kann ich. Das ging ja schnell. Ich hab 30. Nichts. Schick mir die Position. Trotzdem hast du mich angestellt. Ah! Gammikaze. Du, 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 du. Shit da, 285. Ja, pappalapap, das ist ja voll easy. Termin, äh, vermeide 30 Sekunden lang jegliche Kollision und schließe das Event ab, bevor die Zeit erbringt. Okay. Truff geschissen. Ich hör, ich hör auf dein Rat. Ich hör jetzt jetzt angenommen. Echt? Ja. Ja. Ja, ich hätte es ja machen können. Ja, aber... Dann wird mir das wieder vom Geheimdienst zunehmen. Guten Tag, Mr. Kobashi. Sie sind nicht Holzman. Wo ist er? Ein Notfall in der Familie. Ich bin sein Backup. Hm, na schön. Fahren Sie mich zu dieser Adresse und bitte schnell. Oh, ein Flugzeug. Okay, dann ist es doch nicht so. Wie schnell genau? Aber du hast nur 30 Sekunden für 5 Kilometer. Dann lass mal laufen, ne? Ah, Zeit verlängert. Aber sind wirklich viel? Nee, war es gut. Ja, da gibt es wieder für jeden Checkpoint-Zeit. Darf man es halt nicht verstehen. Nee. Ja, vor allem jetzt hast du hier erstmal die komische Kacke mit den Kurvenböhnens beim Airport, wo wir damals das Ding weggebügelt haben. Ist das schnell genug für Sie, Mr. Quasch? Es ist ein Anfang. Da, wo du es so maßlos übertrieben hast? Ja. Ich? Nie. Mit deinem Kumpen? Niemals. Doch, doch, doch. Dann haben wir noch diese ganzen Pullen. Dann haben wir die Pullen und diese Elektro-Dingsbüste. Ich meine, wenn ich im Safe-Us bin. Los, gib Gas! Du hast keine Zeit. Ja, irgendwie gerade. Ja, das ist. 30 Sekunden. Es gibt halt irgendwie 4 Sekunden oder so. Darf es halt nicht verkacken. Versuch nichts. Das ist mein Bestes. Boah, eng. Das ist ja auch böse. Das war eng. Eng ist ein Lehnbacher-Begriff. Ja. Du weißt, es gibt nicht zu eng, jetzt zu wenig erhaben. Oh, jetzt fährst du wieder um diese... Das Haus bevorzugt stumpfe, gehorsame Helfer. Dingsgeschichte rein, da wo du dein Redding bist. Da, wo man so abgehoben ist. Das glaube ich nicht. Voll weggeditscht das? Ja. Genau. Oh, Müllwagen. Darf ja auch nicht fehlen. Aber es war schon lange kein Kupacola. Ja, die können bleiben, wo die Pfeffer weg sind. Die fahren nur in der Wüste. Ja, da sollen sie auch mal lieber bleiben. Wo, 30 Sekunden? Naja gut, aber hast du noch 600 Meter vorne schon ziehen. Äh, auch voll einfach. Wir können es bald doch auf schwer stellen. Außer wenn ich's gleiche Zeit habe. Und das Meer ist pünktlich. Äh. Ach, da geht's rein. Okay. Ja, ja. War ja einfach. Ja, aber wo waren die Kops? Ja, ja. Du solltest ja nur die Zielperson von 1 nach B bringen. Ich wollte doch ein paar Kops umhauen. Komm vielleicht noch. Mitte. Neue Speedkarte. Ja, wobei, 9. Ja gut, aber Nitro runter. Ja gut, Sprengauer kann man verzichten. PS hoch. Ja, aber Nitro Stärke und Kapazität ist schon wichtig. Ist dir überlassen. Ich mach's weg. Du kannst ja immer noch drehen. Ja. Grüßen Sie Ihren wahren Auftraggeber von mir. Ich werde Sie bald treffen. Na dann. Okay. Waren zum Zielpunkt. Das kann ich. Ohne Zeit. Ohne Zeit. Ich hab's gewusst, dass du an dem Ding hinbleibst. Das kann ich. Ich hab' den VIP abgesetzt. Ich soll dich von ihm grüßen. Was soll das heißen? Er weiß, dass ich gegen das Haus arbeite. Ich werde wohl auffliegen. Verdammt. Dann war das dein letzter Job für das Haus. Oh. Wir tun jetzt auch alles los. Ja. Kennst du das? Ja. Ja. Tu das nicht. Noch steht meine Tarnung. Ich werde rausfinden, wohin dieser Wagen gebracht wird. Lass es sein, Miller. Das ist ein Befehl. Zu mir nach Hause. Ich stehe nicht so auf Befehle. Sind wir nicht beim Bund? Wer bist du denn, dass du es wachst, mir Befehle zu erteilen? Genau. Schöner Drink. Wieso guckst du nach hinten? Weiß ich nicht. Angewohnt. Ach so. Fick dich. Arschloch. Bin da. Erster. Oh. Der Kollektor. Ah. Geht schon weiter. Ich ziele eine Sprungdistanz von 10 Metern. Versuch's, ist mir der Warsch. Wahrscheinlich kannst du dann nicht so springen. Ja, deswegen habe ich mir gerade überlegt. 10 Meter springen. Es sei denn, du triffst auf in den Dingslaster. Coca-Cola-Laster. Dann schaffst du da auch 100 Meter oder 1000 Kilometer. Was? Du fliegst nur noch. Instant. Du kriegst Flügel und Jets. Aber ganz sicher? Probleme? Also, wie war das mit dem Lager? Verdammt! So. Diese Arschlöcher haben die Kopf auf mich gehetzt. Ach, da sind sie ja. Natürlich. Dafür musst du ihn. 13 Kilometer. Geht ein bisschen, ne? Okay. Ich habe gerade gesehen, ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Alter, was macht sie? Wundervollfaxi. Oder schon wieder? Achso. Hängen wir den Kopf und die Hausmafia. Ja. Die Hausmafia. Die Penner halt. Ich konzentriere mich jetzt mal drauf, dass ich die nicht wegtitsche. Warum? Weil ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zeit. Nee, hast du nicht. Die haben gesagt, ich will euch nicht wegtitschen. Du Psycho. Ja, ah, ja. Der ist hängen geblieben. Ja, ist okay. Kann mich nicht beklagen. Sehr gut. Ich habe das nicht gemacht. Was war da gerade? Das sind die Nagelbänder. Das ist gut. Mach dich halt. Alter, was machst du denn schon wieder? Wieso packt der mit auf die Straße? Was, nein? Was machst du denn? Ich will nicht in die Nagelbänder fahren. Ich glaube, da liegen Nagelbänder. Ah. Ich habe doch gar nicht. Die Laterne hat ihn kaputt gemacht. Sehr gut. Kackpuppel. Was machst du denn? Der hat gerade von selber gelenkt. Ungelogen. Schwein. Scheiß Autopilot. Ich hatte doch gar keine Zeit. Ja, doch, jetzt bist du schon wieder. Äh. Ah, da. Dann stört es sich nicht, weil meine Cruise klaut. Lassen Sie mich doch bitte alle so. Wieso fahren denn die da alle so hintereinander? Als Kolonne. Geht weg. Lacht nicht. Geht einfach nur weg. Ich hätte auch gern so einen Motorabschaltknopf. Ja, wäre super. War der. Der wollte, glaube ich, gerade machen. Ich weiß nicht. Wenn er rot ist, dann. Der hat gerade kurz gebrot geblinkt. Ich habe noch keine Ahnung, wann der Nagelbänder. Hier geht es. Lass mich. Aha. Boah, Alter. Äh. Ja. Was laufen? Sonst knackert der jetzt gleich fest. Alter. Hast du die Pirouette gesehen? Die war ja mal Ultra. Voll die Penner, ja. Die hab ich voll weggedreht. Aber richtig. Du hast eine Schraube gemacht. Boah, den habe ich richtig weggeplatscht. Ich habe mich gerecht, dass er mich gedreht hat. Jetzt habe ich ihn zurückgedreht. Der El Bastard. Ja, der El Bastard. Ich mag diese elektrische Hunde. Ja, dann hast du noch die Bullen und das Haus am Arsch. Das ist auch mega scheiße. Vor allem, jetzt muss ich da die ganze Zeit noch auf die Karte aufpassen. Ja. Gehst du mal weg da? Weil die sind halt einfach... Fuck. Und vor allem, du hast ja nicht so viel Zeit, ne? Nee, das ist es ja eben. Das soll ich eigentlich ja hier alles vermeiden, aber... Naja. Puh. Warum habe ich eigentlich Springer am Stück nicht bekommen? Ich habe doch da voll die Ultra Pirouette gemacht. Echt? Achso. Stimmt. Da achte ich ja schon gar nicht mehr dran. Aber das ist auch nebensächlich. Das ist ja... Ah. Fick. Ich glaube, die Einzigen, die die 10 Meter am Stück springen können, sind die... Die sind sie weggeditscht. Ja, genau. Schieb. Ach Gott. Lass uns doch einfach alle in Frieden. Geht weg. Ich habe euch gar nichts getan. Rauf. Aua. Noch mehr. Ja, jetzt ditscht. Das war doch richtig. Die legen es doch alle drauf an. Ja. Okay, wo dann... Ich hoffe, ihr könnt was einstecken. Leute... Aber ich glaube, ohne Grund war das da nicht, wo du das zu 285 brauchst oder so. Ne? Ja, das denke ich mir jetzt auch gerade. Aber da habe ich jetzt ein bisschen Zeit aufgestockt. Ja, ja. Ich kann sagen, du musst ja ein bisschen mehr gehen. Hüpf! Ich hüpf! Können Sie die Bruch mal vielleicht... Uh, die ist so eng machen. Abgekürzt! Läuft bei dir! Wahrscheinlich kannst du jetzt da links irgendwo springen, weil da ist... Ne. Da kannst du nicht springen. Aber springen ist auch uninteressant. Scheiße auf die 1900 Dollar oder was ist da nicht passiert? Ich will einfach jetzt nur noch das Event schaffen. Hey! Zum Glück war da eine Leitplanken. Voll gerade driften. Und dann kommt der unten und bügelt mir voll hinten rein. Von links auf den Minicap. Ah, fuck. Minicap. Der Minimap. Uuuuuhm. Aua. Du Dreck-Sau. Der hat verabgekürzt. Ne, der kam nur von einer anderen Schraßen. Achso. Tschüss. Penner! So, noch zweieinhalb Kilometer. Fast eineinhalb Minuten hat die Zeit. Aber wenn du jedes Mal eine neue Zeit dazu bekommst, dann funktioniert das auch ganz gut. Alter, wie sie dich einfach rammen, die Schweine. Na? Abgeschlossen. Sehr gut. Hast du zehn Meter geschafft. Die Blitzdingens, typisch, da können wir schon die Augen machen, wenn sie nah an einem Rang sind, oder? Ja, oder wenn du halt hältst, denke ich mir. Weißt du, wenn du eingekesselt bist. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, aber die verpissen sich jetzt gleich. Der Tunnel, der Tunnel, da können sie nicht, ne? Stoppen wir wieder. Auf 400 Meter? Ja, ja. Beim Tunnel können sie halt einfach nichts mehr. Hä, wie schlecht. Die haben nicht gerade so richtig penetriert. Die können halt nicht durch den Tunnel fahren. Und dann kommt da auf einmal der Tunnel. Oh nein, wir sehen nichts mehr. Unsere Lichter sind defekte. Die finden, oh, 50 Meter sogar. Kriege ich jetzt einen Bonus, weil ich viel mehr gesprungen bin? Das ist Fünffach. Gebt mir das Fünffache Geld. Das wäre cool. Aber leider nicht. Man kann hier nicht alles haben. Vielleicht gibt es ja mal endlich eine wirkliche Speedcard. Ja, und Nitro und Turbo und 12. Ja, besser. Ja, auf jeden Fall. Wir werden erstmal Instant Kick eingebaut. Genau. Ach, der hieß Kobashi. Kobayashi. Kobashi. Bei mir heißt er Kobayashi. Bei mir heißt er Takeshi's Castle. Oh, den will ich. Ja, der ist schön. Oh, den will ich auch. Nein. Doch, der ist auch schön. Nein, der gefällt mir der andere besser. Oh, den... Ne, den will ich nicht. Was ist das für einer? Jaguar. Ah, ein Jaguar. Ne, bin ich nicht. Ne, dann lieber den... Den allerersten. Der ist mir zu klein. Ja. Würde ich sagen, sind wir durch? Ja. Ja, dann haben wir mal die, wenn's fertig, Kops gefickt. Bitte? Ich meinte nicht wir. Wenn, dann du. Ich hab sie gefickt. Ja. Und das ist deine Aufgabe. Von hinten. Ha! So langsam wird's eklig. Okay. Also gut, dann machen wir vier Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.